los nein fuck ey das nervt scheiße einer von den das ist ja was ein krasser doch meine lieben freunde hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren gepflegten runde let's play counter-strike global offensive heute ein matchmaking auf der map inferno zusammen mit alien face hallo tippe oder hi hallo und du bist da und mein werter name ist aris wir starten als terrorist leute was machen wir abwürdigst du töten auch nötig wort hat dann heißt hübschel in der türen hoher sie mehr Prozent der Posten oder wir werden die Probe und müssen dort wird weiß auch vorgesehen aber es ist wegweiser ich weiß nicht was wegweiser ich bin neu in deutschland das was wir weiter auf geht das Fahrradwegweiser auf Fahrrad der Gerät der Gerät Ojo, er plant da Mais, die Bombe Ah, oh, das ist ja... Hallo, wohin, ne? Ah, da kommt einer, ich sehe einen. Oh, guck mal da, wurde Granate geschmissen. Äh, Banana kommt. Ich lasse ihn nicht so weit vor. Banana kommt und City kommt. Habt ihr Banana oder Mais City? Ja, City hat ihn gerade ein bisschen angeschossen. Mhm. Ich bin down. Ich hab versucht, den zu holen, weil hab ich ihn nicht gekriegt. Hab ihn auf jeden Fall ordentlich angehltet. Guter Mann. Ja. Äh, wie die USPS. Geil. Hab ich den Headshot gemacht. Easy. Okay. Nochmal. Okay. Ich hab jetzt einen USPS, jetzt kann ich damit... jetzt kann ich rasieren. Ich kann's kaufen. Können wir. Ja. Kann mir bei P250 liegen? USPS. Wie bitte? Was willst du? P250? Ja. Zeig euch mal der Master, wie der das macht hier mit der USPS. SCA-Schleise, was los? Was da los? Ne. Ich hab nur einmal nix. War wohl doch jemand. Und? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Jogo85 hat mich erledigt. Hinter dir, hinter dir. Alter. Ab ihn. Ja. Ich russier ja wirklich grad ein bisschen mit. Ja, richtig so, ne? Ja. Ja. Muss ja auch mal sein. Ja. Der ist hier rechts. Schade. Gott. Oh. Das hat weh getan. Hat jemand nen Pflaster? Ja. He fé. Das stimmt, irgendwo. He He He. Okay hab ich. Hab ihn. Nice. Ey. Ey, sogar nur SG, alter. Ihr habt schon direkt jemanden SG gekauft. Auch gut. Jooo. Ah, ich hab einen voll guten Tipp für Aras. Was? Ich hab einen voll guten Tipp für dich. Ja, was denn? Schau einfach mal, dass Du irgendwo Sand herkriegst. oder oder Salz oder und dann macht ja das machst du einfach in den Aschenbecher und dann brauchst du dich auf gar nichts mehr konzentrieren wenn du ausdämpfen würdest einfach reindrücken ach so ja ich habe einen Blutkiller ja das ist natürlich nur besser aber da musst du wieder schauen und drauf achten wo du es rein gibst ne ja Ähm, ja. Nein! Hab ihn. Ich blente. Ja, ausgezeichnet. Shishi! War ich nicht. Oh, es gibt die Zentrale. Oh! Wer von euch schneidet nachher meine Videos? Ich habe nämlich keinen Bock. Ich habe eine 400K-Leitung. Ja, was? Hört mal bitte, kackt ja schon bei einem einfachen Video ab. 400K-Leitung? Ja. 50.000. Ich habe eine Hunderter. Wir wollen alle joinen, guck mal den Plan. Ja. Äh. Öh. Von Bs. Ich höre ich welche. Ähm. Aris, bin da. Bei einer dauernd. Einer noch im Haus. Hab ihn. Ja. Warma ist auch gut. Best motherfucker in Japan. Hallo Aris, umgebracht. Nö, Mö, 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 Mö. Oh, oh. Wird nicht gut gehen. Na komm, ich geh wie Autostop bei ihr. Was ganz neu ist. Krass. Nur wenn die anfangen. Ich spar so lang. Ich brauche nichts. Ich hab 13.000, was jemand. B. Oder? Ja. Gut, entscheidet mal kurz der NoRank Typ. Wo wir hingehen. Ah, mir geht. Ja, ich hab von rechts. So. Über uns hier ist mit einer. Wird grad geflasht. Oh, aus der Ecke. Dies gleich runter. Hup. Pfeffer. Also nur einer aus dem Spiel. Ja. Ha? Hab den. Einer aus dem Spiel. Wo sollen da noch einer aus dem Spiel? Jesse, komm her und planten. Komm her, beweg dich. Los, 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 los. Pass der. Geh in Deckung. Deckung gehen. Komm her und plante. Warte, warte. Sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5. Pass. Ich schlau. Okay, scheiße. Auch von rechts war das. Ja, ja. Ja, ja. Egal was du tust, Jesse, nicht steppen. Rechts gucken. Nein! Alter, weil die Waffe einfach viel zu lange ist. Uff. Da. Uff. Uff. Ah! Nein. I don't stand! алиbrot, ahaha. ordentlich aus. 0. Store Nein. Ja. Ja! Ja geil. Ah, so gerade. Als muss ich kaufen. Was kaufe ich mir jetzt Leute? Was kaufe ich? finding outевviamente. Zwei milletot one� Fan. angefangen jahres und zwar gewonnen aber wir haben sie so aufgeregt wahrscheinlich ja ja gut akka ist eigentlich mit meiner lieblingswaffe aber ist undrechenbar manchmal trifft man manchmal nicht und hier sehr schön mit grün vor boah scheiße steht in der ecke mitten aber ich muss ja wenn ich muss ja wenn ich muss ja wenn oder links war ja ich glaube so ein schlauze Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich sag dir, wenn der Erste anfängt mit Auto zu spielen, geht ein von uns dann fängt er auch an, dann ist kein Punkt. AB! Äh, mir egal. Was wird denn da unten jetzt so dämlich rumdiskutiert, Alter? Ja, wenn du dich traust. Ja, die sagen alle, wir hätten keine Eier aus. Sollen unsere Schwänze raus und zeigen sie denen? Okay, außer Jesse. Was? Ja, was du hier sonst noch oben? Da steht das nicht mal in der Linken Ecke, dann guck mal lieber in der Rechte Ecke. Finde damit an einem Taser rum. Oh ja, hab schon wieder stehen. Mugensohn, Alter. Versuch das ein Ernstes. Was ein Lötscher. Ich hatte das letzte Runde mit dem Zähler. Ah, fuck you! Das ist die G. Er hat die Bombe. Bombe ist geplantet, sehr schön. Wo war dein letzter? Äh, keine Ahnung. Irgendwo bei A. Ja, ja, der ist da. Nice! Läuft! Ah, das ist deine SG. Kannst du aber auch spielen, wenn du magst. Nö, nö, ich probier mal Deagle. Alles, ja. Ups, Entschuldigung. Ne, ne, passt schon, ich geh zu dir. Hier. Mal aus Versehen. Ich hab nur geguckt, ob man so eine Reichweite hat. Cyberness Inferno an der Team-App. Ja, seitdem die scheiße spielen. Selbstverständlich freue ich mich über sowas. Pass auf. Rechts ist keiner. Raus. Da ist einer. Hab ihn. Meiner unterstützt mich. Ah. Leg mich auch mal kurz auf. Hab eh Bombe. Ja, ja. Da ist einer. Ach, scheiße. Warte mal kurz. Ja, ja. Alter, wir sind in der Aufnahme. Gott. Ach, Leute, Leute, Leute. Tipoda. Ähm. Das, liebe Kinder, ist nur eine Sache. Mag ich nicht. Macht mehr. Ja. Ja. Ja, weiß ich nicht. Hallo? Tipoda. Kenny, du bist aber noch da, ne? Er hat gemeinte... Jesse. Er hat gemeinte, er muss kurz weg, glaube ich. Ja, ja. Alter. Geil. Die Runde verloren. Oh, wie heißt das, die nur stöten? Echt? Ne. Das ist jetzt nicht so geil gelaufen. Ich hasse sowas. Einmal professionell in der Aufnahme arbeiten. Ach, come on. Ich geh mal auf, B. Leute, sorry, ich muss auf. Ja, das ist ja ganz toll. Wir sind mitten in der Aufnahme, Digga. Ich weiß. Nein fucking ernst. Sei ich bei meiner Mutter nicht bei mir. Ja, doch. Natürlich, werde ich mich da bei dir. Deine Mutter sitzt nicht in der Tastatur, sondern du. Ja, aber die sagt, ich soll ausmachen. Aha. Der hätte noch weiter gespielt, keine Sorge. Sorry, sagst du das? Ja. Angeblich, weil ich schon eine halbe Stunde länger gespielt hätte. Aber gut. Hinter uns. Tschö, Leute. Sorry. Ja, tschau. Tschau, tschau. User disconnected from your channel. Nein! Nein! Ja, dann lass den mal eben Abstimmungsschartenspieler rauswerfen. Ich mach das mal eben. Tipo oder was? Ja. Alle auf F1, bitte. Aber wenigstens nächste Runde ein Bot. Ach, kacke! Leute, bei sowas habe ich echt schlechte Laune. Man weiß doch ganz genau, ja, wie lange man spielen darf, dies, das, jenes. Ich meine, wenn die Eltern sagen, dann ist Feierabend, dann ist Feierabend. Aber ganz ehrlich, wenn einer offen muss, dann... Ah, nee. Mitten in der Aufnahme ist das echt spannend. Ja, ich finde, sowas geht gar nicht. Ja. Das hast du dann aber in der Aufnahme mit drin, das ist ja dann schlimmer. Ja. Ich lade es trotzdem hoch, davon mal ab. Aber es gibt ja auch YouTuber, die jetzt sagen würden, ja, nee, Aufnahme ist jetzt für den Arsch. Vielen Dank. Danke dafür. Ich hab' dich gesehen, du Lutscher. Und hab' mir nichts gebracht, ich versuch' den Bot noch zu übernehmen. Der natürlich nur ne Pistol hat. Jetzt hab' ich dann... Alien Place, komm mal ganz kurz, da steht zwei noch mit Eckerd. Nicht, ich geh nicht, geh nicht gehen. Äh, guß mal mit Pizzer. Leute, was macht ihr denn jetzt? Guß mal mit Jesse. Ich weiß nicht, wie ich wieder da bin. Ein auf den, Alter. Boah, das ist nirgends. Komm auf mir. Aber Team Roder ist doch nicht der Einzige, der so ne Scheiße schon abgezogen hat. Das hatten wir schon häufiger mit ein paar Leuten. Also... Naja. Links. Wo links? Da, schätze ich. Ja! Wir haben den doch rausgevotet. Oh, das ist jetzt wieder drin, ne? Gut, Leute, Bewash. Alle P90 bitte. Und jetzt versuchen irgendwie professionell an die Scheiße ranzugehen. Wenn einer die Möglichkeit hat, bitte kauft ne Flash. Let's go! Let us go this way! Okay. Sobald einer von euch tot ist, versucht da bitte den Bot zu übernehmen. Okay? Ja. Dankeschön. So, ran, 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 ran. Schneller. Sorry? Ja, alles gut. Ich mach plant the answer. Bombe liegt. Perfekt. Nicht. Noch ein zweites Mal. Scheiße. Ich bin tot. Ich versuch den Bot zu übernehmen. Einer kommt, Banana. Hat mich erledigt. Scheiß Hupensohn. Entschuldige die Ausdrucksweise. Aber, ey, sowas... Wisst ihr, was ich meine? Nachlan. Jesse, hau ab da. Oh fuck. Hau ab! Sonst wirst du gleich der Sache down. Ich bin... Naja, ich mein's... Ja, alles da. Tja, gut. Freunde, was machen wir? Wirklich würden. Ja. Ich würd sagen, wir machen irgendwas Ausgepuckstes. Okay. Aber was? Etwas, womit die nie rechnen würden. Gewinn. Genau. Das wär jetzt so ne Sache. Ich glaub, damit rechnen sie jetzt das Sache nicht. Der Bot tut nicht, was er soll. Hast du sowas? Schnell. Schneller. Schneller. Spasti. Wollte er mich ein ernstes Zweck zeusen, ja? Ist das da... Oh, schade. Bot down. Mann! Ist ja nicht wahr, Camper. Fuck. Wenn wir das jetzt trotzdem noch holen mit Bot, ne? Also, dann können wir echt stolz auf uns sein. Weil das so ne... Komm, 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 komm. Die find ich persönlich sogar relativ schwierig, muss ich sagen. Bellen. Hell, wir nehmen die weg. Das ist so nehm. Stimmt man. Oh man ey. Boden-Balcony. Hübsch! Egal! Sehr gut. Und das mit nem Bot. Och, ne. Ja, jetzt kommt sie mir mit der Bombe. Ich weiß nicht. Äh, von Bombe hergesehen. Alter, was ist das? Kann da ein... Was ist was? Ja, guck doch mal wie der da schreibt. Einer down. Einer rechts. Einer oben. Hat mich. Ich... ich versuch den Bot noch zu übernehmen. Hab ihn. Die Bombe, der Bot. Ich hab den Bot, ja. Unds Bot. Nein! Verdammte Scheiße. Ab ihn. Ach du Scheiße. Ich bin tot, die Bombe liegt. Ja, ich weiß. Was? Viel Glück. Danke. Meine Banane. Oh Gott! Oh Gott! Facke. Oh Bries, Mann! Ey! Scheiße! Fuck! Sorry Leute. Hier ist grad ne Stimmung, Alter. Was ist hier los? Party! Schöne Musik. Am T-Spawn. Wohin gehen wir? Wieder A? B? B. B. I want try this. Wtf? Wer war das denn? Ja, ich mich auch gerade. Ja. Ja. Nichts noch ne Flashbang. Nein! Ja, Wichsen, Alter. Bescheuerte Schwanz aus Longus Nudeln. Was? Das ist so geiler. Hier bitte, es muss ja mal wieder lustig werden. Ich hatte Scheiße. Was? Verfickte Schwanz aus Longus. Bläh. Ja, ist mir grad so eingefallen. So. Das war nicht der Plan. Lass mal A pushen. Jo, wo? Steck mal dann ab, ja? Mach die auf Arnis. Jo. Jo. Ja. Achso. Ja, ich hab mich gerade auf den Bot konzentriert. Ich immer versuche den noch ein bisschen zu steuern. Ja. Oben einer. Ja. Ja. So, wo man liegt. Wenn einer von euch tot ist, Bot übernehmen. Ja, hab ich. Nice. Warte. Uh. Sie verkämmt dich irgendwo. Ich hab mich voll von dir erschreckt gerade. Warte. Boah, zum Geier. Ist jetzt los. Der nächste, der offline muss. Oben. Der ist oben. Da kommt hier. Warte. Da kennt die Einer. Vorsicht. Was war das denn? Oder? Der ändert den Plan an. Ja, geil! Oh, nee. Ich muss mit der Pistole rumrennen. Oh, nee. Ach so. Zwei A, zwei B. Wer will? Ich gehe A. Wer will? Wer ist jetzt noch aufgegangen? Keiner. Von uns keiner. Okay. Das ist, äh, der Bot. Typ holder. Falsche Mitte. Mitte, ja. Einmal Mitte. Da oben war. Oh, sorry. What the fuck, Alter? Leck mich am Arsch. Wir haben Bombe. Ja, beide im Haus drinne. 31. Der Bot ist down. 1. Okay, Jessie. Denk dran, bitte höher aim. Sehr schön. Sehr schön. Oh, oh. Ich hör da was. Ich hör da was. Ja! Geil! Weiter so. Weiter so. Was haben wir geile Wichse? Hä? Geile Wichse? Aber. Komm hier, Katerle. Komm hier. Sag jetzt mal bitte nichts. Scheiße, immer dieser Johnny. Wenn das mal wirklich... Geil auf A. Die Vibe ist, ey. Ja, voll. Ich. Ich glaube nicht. So. Jetzt setze ich einfach dem Kater das Headset auf und dann macht er jetzt weiter hier. Na? Komm her. Ja. 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 Geil gemacht. Ja, aber die Runden holen wir trotzdem nicht. Oh, schade. Schade, alter. Oh, ja. Lol, halt die Fresse. Alles klar. Ja. Hey, hab das jetzt mal mit eurem Lol. Zu viel Lol ist echt ein bisschen... Spannend. Klingt das nicht mehr witzig. Go, go, go. Also, Jenny kennt definitiv meinen YouTube-Kanal nicht. So oft wie ich irgendwie scheiße oder halt die Fresse oder Hurensohn oder sonst irgendwas sage. Das wird A, glaube ich. Dann wirklich so. Selbst falsche Mitte ohne Ende. Ja, Baccia. Das wird A. Glaublich. Selbst falsche Mitte ohne Ende. NICHT WAHR. Und Bombe ist Banana, oder was? Der wird B. Denk ich. Ja. Schnell noch durchladen. Wenn ihr tot seid, baut ich übernehmen. Achso, Glenny, mit E. Oh Gott, diese Jenny hat mich gemessen. Wir wollen das Smoke drinnen. Fuck, ist der Bot noch am Leben? Ja, nice. Was war das denn jetzt? Das war eine Negev. Versuch's erst gar nicht. Also ich kacke regelmäßig mit der Scheiße ab. Negev? Ja. Der Bot kauft die ja immer regelmäßig. Weil sie in wesentlich billig ist. Scorpio hackt. Ach da. Der Typ da. Ja. Ich hasse solche Lappen, ne? Okay. Nein! Wechsel. Mit, äh... Keine Ahnung wie das Bot ist. Was denn? Ach, ist gut. Oh, warum noch? Äh... Nein! Leute, lass mal jetzt die Arschwacken zusammen knappen. Ich will das gewinnen. Die geben mir auch für Eier, Alter. Ohne Witz. Endlich kann ich wieder mein Gewehr haben. Wohin? Ja, jeder auf seinen Spot, ne? Dieser Logo. Bleiben lieber auf dem Spot. Ich renne mir lieber nicht vor. Ich versuch's ehrlich gesagt. Weil ich hab doch Ideen. Klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ich sagen würde, ja, ich will Jenny in den Arsch hecken. Ja, ne? Das klingt irgendwie merkwürdig. Ja, schon, ja. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Banana. Ja, die sind alle Banana, die Bastarde. Los, ich brauch den Nerger. Ich versuch's jetzt Bot zu halten. Ach ja. Ach ja, so ist das, ne? Auf jeden Fall. Leider klappt die Scheiße nicht immer so, wie man möchte. Wir würden das Ding so easy mit Tipo da zusammen gewinnen, ne? Ohne Scheiß. Ach ja. Ohne Scheiß, ne? Ich glaub, ich frag gleich Melonen, ob der noch bei einer Aufnahme mehr macht. Eine würde ich dann nämlich noch machen in der Aufnahme-Session. Nein, wichst dich da! Oh, schön. Ist ja echt. Ist ja echt. Was ist immer? Wir müssen einfach nur auf den Spots bleiben. Nicht vorrennen. Ja. Ist echt so. Also, ich hör jetzt auch auf zu pushen. Ich versuch's jetzt mit einer M4A1S zu reißen. Aber ich kann euch nichts versprechen, keine Ahnung. Ja. Ich bin so über diesen Punkt hinweg gerade, weißt du was ich meine? Ja. 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 Ich bin mir in dem Board. Ich höre... Alles klar, es wird A. B. 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 Vaas wille auffahren lassen, ne? Unglaublich. Boaach Gott! Da ist doch noch ein Rush! Holding! Do... Boaah Ventilatoren! Das nächste Mal ... Du bist down, kannst du mir eine P90 droppen, bitte? Wäre das possible? Ähm, nope. Nice, danke. Scheiße. Okay, Jesse, tust du mir ein Gefallen? Ja. Pass auf, spring mal bitte hier auf diese Kiste drauf. Hier, wo ich gerade bin. Ja. Ich hab den besten Spot der Welt, man. Auf der Fontäne hier. Wie soll ich denn da draufhoffen? Äh, du musst dich beim Springen sozusagen ducken. Ich weiß, Übungssache. Ähm. Ich müsste jetzt sonst nicht mehr bei dir, die sonst irgendwie Maß nehmen sollen. Bombe ist Banana. Ich krieg's nicht. Dann ist egal, in der Zwischenposition. So zwei hab ich. Ah, fuck you, du Bastard! Ey, ey, oh Gott! Please! Das ist doch... Das hackt. Mann, der hackt. Nimm den Leben. Schön. Äh, was war das? Oh mein Gott! Puh! 40 Sekunden können so ne unverschämt lange Zeit sein, ne? Was? Was? Die haben doch alle an. Safe. Mh, bin ich mir gar nicht mal so sicher. Ganz ehrlich. Mh, die haben nicht Spaß. Ja, das ist Scorpio. Doch, denk ich mal. Nein, Mann. Ach, naja. Der hat ein ähnliches KD-Verhältnis wie ich. Ich hab auch nicht an. Ist mir eigentlich auch egal. Das ist der B-Elefanten. Alter, unglaublich. Grenade aus! Ah! Okay. Nein! Nein, nein! Bitte bitte bitte. Nein! Oh! Oh! scheiße es ist ausgeglichen wenigstens ja es tut mir trotzdem leid sowas sollte mir in meiner elo nicht passieren es passiert jetzt ist es halt ihr basiert wenigstens ausgleich so sehe ich das ich versuche es irgendwie wieder gut zu machen sind die alle noch in einem was bitte auf wenn du da zum weg gehst also man sollte schon wissen wie man her schreibt look hacks mit x alles klar ja gut doch da ist noch einer glaube ich um nur noch das tun warte schon durchscheißfotze schaffst du nicht mehr die von und das ist kein mädchen ich halte ab der schule oder er 100 pro jahr den jungen ne 100 pro nicht alter r gar Puh! Fast in die Hosen geschissen hier. Geil. Geht so, ne? Oh fuck, Alter. Schöre Steps Richtung A unterwegs. Scheiße. Botz, 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 komm her. Los. Nein! Fuck, ey, das nervt. Scheiße, einer von denen hat's... Äh, Lister. Ja, Mann! Oh mein Gott! Was ein krasser Ficker! Oh mein Gott! Oh! Das hast du echt sehr, sehr, sehr geil gemacht. Das ist geil. Das war geil. Ich dachte, die haben mich schon längst gesehen, dass wir mich einfach auskennen. Ey, wir reißen uns aber auch gerade derbe den Arsch auf, ne? Ey, unnormal. Äh, müssen wir an Botz. Ey, wir müssen gewinnen, Alter. Das wäre so geil. Das wäre so peinlich für die. Außerdem, glaub ich, wäre das das erste Matchmaking mit, äh, Jessie, was sie auch gewinnt. Das ist nice. Ich kann mich noch an meinen ersten Win erinnern. Das war episch. Kaum was dazu beigetragen und trotzdem war ich gefolgt mit dem Schneekönig, Mann. Nein, 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 was auf, was auf, was auf, nein! Jo, also Freunde, es wird... Wie dämlich war ich denn gerade? Weißt du, ich wollte gerade aufpassen, dass ich dich nicht treffe, obwohl ich schon am Boden gelegen bin. Scheiße ist, ASA. Einen habe ich 74 mitgegeben. Oh. Mein. Gott. Oh, Mann. Lass einfach mal an, wie es geht. Ah, shit. Eben hat er meine Enter-Taste nicht angenommen. Ich gehe über die Welt, Alter. Lock, gehe ich nicht. Das ist nur eine Aufnahme, die würde ich am liebsten jetzt direkt hochladen. Das ist nur eine Aufnahme, die würde ich am liebsten jetzt direkt hochladen. Nein! Einen habe ich. Versuch den Bot zu übernehmen. Da wo ist der Bot? Nein! Ja, ich bin down. Es gibt keinen Bot. Nee, nicht mehr. Bot down. Äh, die breiten A vor. Bei A ist noch einer. Oh, das Ding ist... Da wo der Grüne war. Da wo der stillt, Mann. Weiße. One-Shot, voll geil. Ja. Die Deagle ist echt mega OP, wenn man damit umgehen kann. Alter. Ah, schade. Schade, schade, schade. Ich merke, es wird langsam dunkler. Ich muss gleich dann mal schauen in meinem Aufnahmeprogramm, ob das mit der Beleuchtung überhaupt noch so einigermaßen hinhaut. Weil ich habe gerade keinen Bock irgendwie mit der Aufnahmesession aufzuhören. Wisst du, was ich meine? Ja, kann ich verstehen. Läuft zwar jetzt nicht so mega fresh für uns, aber nichtsdestotrotz macht es einfach mega Bock. Und die Energie möchte ich zu gerne einfach noch mit reinbringen. Äh, alles klar. Ja, was ist aus? Geh mal, geh mal. Geh mal. Geh mal. Könnt ihr Hilfe bauen. Falsch in der Mitte. Oh, oh. Oh, oh. Ah! Wie es mich gerade kristen hat, das ist gar nicht cool. Haben wir den Bot noch? Nein. Äh. Ah, scheiße. Ich bin auf B. Ich bin auf B. Ah! Hat dich so angehört, als würden die auf B gehen. Ich weiß nicht. Das hat die Frage, ne? Ja. Was? Oh mein Gott. Geiler. Schön. Gä. Hör. Wur 43. Nice, Alter! Gehst mir gerade richtig gut ab, Mann. Geil! Alter, wir holen den Punkt. Was? Leute, das ist nicht B, oder? Doch. Doch. Ah, doch. Weg an. Bis da. Na dann lass mir ruhn, oder so. Schönen Diffuse Oh mein Gott, ich krieg echt bald ein Herz, Kasper Leute, das ist doch mal eine richtig geile Premium-Folge Oh shit Stammt da gerade einer Alter, ich krieg einen Haken, Junge Oho 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 Penis Endlich wieder meine Lieblingswaffe Was, Penis? Nein Nein Entschuldigung Okay, Leute Wir schlagen es extremst gut, obwohl wir einen Bot haben, ohne Scheiß Weil die spielen echt nicht scheiße, die Leute Das stimmt Ja, hat er sie erst recht Ja, Bot, juckt sich, ne? Geht einfach durch Mit A Falsche Mitte oder Mitte? Amen Oh, das ist ja Nein, nie im Leben Wo ist der Bot? Nicht wahr Nie im Leben Bot ist tot Der hat er Der war ein Sie spohren Ah Schön Geil Geil So, einer noch Komm LOL ich bin grad so mega nervös und das kommt echt selten vor ich habe wirklich diesen ehrgeizten die mit kriegt geklärt so vollgas die pumpe rechts 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 aber nicht es ist ruhig nur also da haben wir gerade alien gehört kann mal einer von euch rüberwinter saved oder ach du kacke was ein krasser Ficker mann unglaublich nice herrlich gut geil 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 hat ne scheiße wie gut das gerade war Freunde kauft mein Merch wenn ich einen habe ich werde T-Shirts rausbringen mit der Aufschrift LOL du bist down ja einer A ich versuche den bot noch zu übernehmen ne verschiebe ja me too nicht wundern ich steppe hier ist schon auf der karte alles ich erkenne dich ja geil ich habe gerade einen Headshot gegeben sauber alles ich erkenne dich ja immer an deinen Steps äh ich muss doch schnell gerade von A nach B kommen ich steppe sonst gar nicht so hab einen nice hey ein auf den du äh die campen da vor den Apartments rum ja alter exzellent nur noch dass er sie ist man eigentlich 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 müssten wir diesen Spieler einladen hier Tatsache bei uns im Clan ich will wissen ob das in den nein die ist zu gut die 12 Ap 12 Ap 12 Ap Boah mein Herz geht mir ab ey war wo jetzt genau was ich hab Acht gehst warte 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 was zur Hölle läuft bei dir jetzt halt die Frage ne was zur Hölle entspann dich alter ich habe extra das Mikro zugehalten man hat es trotzdem gehört ficken haha später haha haha nein Spaß haha 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 so leute wir können das Ding nicht mehr verlieren ahhh nein wir ficken sie alle in den Arsch haha ich bin dabei ahhh alles klar Alarm und Darm irgendwie ist das aus dem Mund einer Frau ziemlich komisch wenn die sagen oh ich bin dabei beim Arsch ficken haha 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 gut ahhh fuck ey wie geil ist das denn oh das wird wieder eine Premium Aufnahme ey was machst denn du hier oben wahrscheinlich wieder A ich ruhe ich habe Steps einer down nach verschiedenen Richtungen A aber über ZT 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 ja gut wie kann ich denn sogar möglichst nicest contenten können ahhh wtf Alter T-Bayes noch oder was What komm her ja ich push mich push mich push mich nee nee war nicht ja ist aber 28 mitspiel Einer Ja, SA. So, jetzt müssen wir speeden. Scheiße! Einer noch in der Ecke! Einer in der Ecke! Beeil dich! Rechts! Rechts! Nice! Diffuse! Gut! Diffuse! Das scheiß Ding! Alter! Wie geil das war! Exzellent work! Ladies and Gentlemen! Easy! Ja! Easy! So viel Arroganz darf es sein! Wir haben ein Bot gehabt, Alter! Wir haben relativ früh bereits Bot gehabt und wir haben das Ding gewonnen! Herzlichen Glückwunsch erstmal an Jessie! Acht Kids! Ist glaube ich bei dir Rekord! Und erstes Matchbacking gewonnen! Richtig nice! Liebe Freunde, wenn ihr das genauso seht, droppt mein Däumchen nach oben, wäre richtig fresh! Unten rechts könnt ihr auf die Ente klicken, um eine Abo-Ente zu werden! Oben rechts ist der Kanal von Jessie verlinkt! Oben links findet ihr Let's Play GTA 5 Online und unter links Let's Play Risen! Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und sagen Tschöbelö und noch einen wunderschönen Tag! Ciao!